Hallo im Video, ich bin's, euer Kulo24TV und ich hab' ihr gesagt, dass wir ja nicht das andere Call of Duty spielen, aber ich fand dieses jetzt eben interessanter. Ich hab' das jetzt noch nicht angefangen oder so, also gar nicht. So, ich hab' immer noch die gleichen Waffen und, ja, das muss ich eben alles erstmal freischalten. Hier, die Farben und so. Und was weiß ich. Also, das muss ich erstmal alles freischalten. Beginnen wir auch jetzt erstmal Team Detschmed. Hm, wir benutzen, wir können die hier auch benutzen. So. Also, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt online spiele. Was, hä, wie jetzt bin ich so dran? Wir sind nur drei Leute. Team Detsch. Alles kröner. Team Detsch. Okay. Hier geht's ganz schön gut los. sind wirklich nur drei leute alles klar läuft bei mir hat er die sehen alles für mich so gleich aus ok alter ich bin voll die miete unser erster kehl also ich habe ja ich habe eigentlich war der kopf gespielt muss ich sagen also ich bin mein lieblings teil ist eigentlich der kopf ich verstehe das hingegen das nicht jetzt haben wir eine farbe freigeschaltet die ganze zeit die machen wir noch eine ja also das bin ich hier man muss wissen ich hab mal und wenig ist ja ja dann habe ich auch gerade für die gespielt in finiti war da oder wie das heißt und auf der playstation 4 also ich gehöre nicht wundern in die welt kenne ich schon fast alle auswendig das sind wir und das ist einfach mal der sieht auch das sind hier deutsche ich habe eben noch ein ganz normales hintergrund das müsste ich auch dann ändern der auch erste der 1 das ist wieder von und was sind jetzt die anderen? Ok, also ich bin doch mal mit. Alles klar, also ja. So macht es Spaß. Scheiße. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal eingetroffen. Ich bin nicht schlecht. Also die Kampagne für mich auf jeden Fall nicht, weil... Das klappt gar nicht mit den ganzen Videos und meine Kamera. Es dauert viel zu lange, bis ich das hochladen und so. Das gleiche war wie bei Ihnen. Oh, was? Ja, immer der gleiche, der mich umbringt. Immer wieder. Ja. 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 Als ob. Wir liegen in Führung. 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 Oh, da steht gleich statt hier. Oh, Alter hab ich mich jetzt erschrocken. Also bei Black Ops war ich schon sehr weit. Level 95. Oder Rang 55, wenn man so sagen darf. Das hab ich auch sehr oft gespielt. Aber ich hab das jetzt ja nicht mehr angepasst. Passt oder so. Ob wir jetzt wirklich in der Welt weiterkommen. Ja, ich weiß wohl nicht ganz so richtig. Das war nicht. Okay, den haben wir. Das müssen wir auch wissen. Bisschen. Aufpassen. Weil die ja hier auch überall rumhüpfen und so. Wie man weiß. Ist ja das Neuste zur Zeit, glaub ich. Hab mir das gestern erst geholt. Bei Minimax. Kommt doch irgendwie ein Paket. Ich bin einfach mal hier oben ganz lässig. Ihr habt ihr es geschafft. Weiter. Nein, Danny. Nächste, das Magazin. Yo. Oh, yes. Gefehlt. Nein, Leute. Ich mach auf jeden Fall noch von den anderen Videos. Also von... Muss ich euch gleich mal. Was ist das denn, Alter? Yo. Das wusste ich noch gar nicht, dass es sowas schon gibt. Hä, ist das ein Hund oder was, hä? Papier ist nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt... Auf jeden Fall jetzt... Wiederhole ich mich. Heute kommt noch... Call of Duty. Das andere. Also was ich eigentlich angekündigt habe. Aber ich habe erst das hier gemacht. Sorry nochmal. Aber ich habe das andere mal ganz kurz angespielt. Und das habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht angespielt. Ich muss sagen, das ist eigentlich recht cool. Das andere ist auch cool, aber eben nicht mehr so modern. Sind nur 10 neue Welten reingekommen, habe ich jetzt gehört. Von dem Teil mache ich auf jeden Fall mehrere Videos. Ich mach vielleicht irgendwann bis ich level 55 bin, dann hör ich auch auf. Irgendwann. Vielleicht mache ich das so. Ich weiß es noch nicht ganz. Wenn ich wäre die Lapinung voller, wäre das irgendwie viel besser, finde ich. Ich sehe bis jetzt keinen Feind. Es wird bestimmt gleich einer kommen und mich umringen. Wir sind gerade besser. Aber ich höre die ganze Zeit. Oh nein, shit. Schon wieder der gleiche. So, wir haben uns auch gewonnen. Mal gucken, ich werde gestern jetzt Level 2. Schwerte. Mission erfolgreich. Das war ein guter Tag. Ich zeige sie jetzt gerade nicht. Ich bin da ganz hinten. Mal gucken, bin ich jetzt in Rang weiter. Ich habe zusätzliche Missionsoptionen für Sie autorisiert. Ich bin immer noch keine Ahnung. Okay Leute, ich verabschiede mich dann erstmal für das Video auch erstmal. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Vielleicht sehen wir uns nachher nochmal. Wie gesagt. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.